Warum bleiben Frauen, deren biologische Uhr tickt, länger Single oder Single? Also diese Frage möchte ich dir jetzt beantworten und ja, ganz, ganz wichtig, dass du natürlich etwas an deiner Situation ändern kannst. Aber ich werde dir hier die häufigsten Gründe nennen, warum man genau dann leider länger Single bleibt oder genau dann in eine problematische Phase kommt, wo es noch schwieriger wird, den richtigen Partner zu finden. Also, was geht damit einher, wenn die biologische Uhr tickt? Viele Frauen, vor allen Dingen, die auch bei mir im Coaching sind oder Kontakt mit mir aufnehmen, die in einem Alter sind, wo es dann langsam ja enger wird, wo ein großer Kinderwunsch da ist, haben alle etwas gemeinsam und zwar haben sie einen extremen Druck. Also sie haben wirklich einen extremen Druck und Stress mit dem Thema Kinderkriegen. Die Uhr tickt und sie sind wirklich ja sehr, sehr angespannt, stehen unter extremen Druck, den sie sich natürlich auch selber machen, der vielleicht aber auch von der Gesellschaft kommt. Also sprich irgendwie Eltern fragen ständig und wann findest du denn den richtigen? Und ja, du hast ja nicht mehr viel Zeit. Vielleicht steigt der Druck dann auch noch dadurch, dass Freunde in der Umgebung, Kolleginnen in der Umgebung Familien gründen, ja, ein Haus bauen und schon den richtigen Partner fürs Leben gefunden haben und vielleicht schon das erste oder gar das zweite Kind schon längst haben. Dadurch kann der Druck natürlich auch nochmal mehr steigen. Und ja, dadurch ist es natürlich dann einmal der eigene Druck, also den Eigendruck, den man sich macht, so nach dem Motto, Mann, was ist mit mir falsch? Warum klappt es bei mir nicht? Ich möchte unbedingt Kinder und ich habe nicht mehr viel Zeit. Und dann noch der zusätzliche Druck von außen, indem ja dann manchmal tatsächlich die Eltern, Freunde, Familie, Bekannte, wer auch immer, da zusätzlich noch Druck aufbauen, indem sie auch ständig fragen, hey, wie ist es denn bei dir? Willst du noch Kinder? Und so weiter. Ja, dieser Druck ist wirklich ein extremes Problem. Denn umso mehr Druck du hast und umso mehr Druck du verspürst, umso mehr Druck übst du natürlich dann auch beim Daten auf den Mann aus. Also sprich, wenn du jemanden kennenlernst, dann möchtest du direkt am liebsten, das dann natürlich sofort sagt, ob er eine Familie gründen möchte oder nicht, ob er noch bereit ist, Kinder zu bekommen. Und du übst dann extrem Druck auf, weil es alles schnell, 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 schnell gehen soll. Also du bist wirklich ja wie so eine Rasende, wie so wirklich auf der Suche nach dem richtigen Mann, um noch deinen Wunsch zu erfüllen. Auf der einen Seite natürlich total verständlich, aber auf der anderen Seite verbaust du dir damit mehr, als du gewinnen kannst. Weil wenn ein Mann vor dir sitzt, du datest den und er spürt, dass du super ungeduldig bist. Und er spürt, dass das jetzt sein muss, dann baust du auch bei dem Mann einen extremen Druck auf. Denn am Anfang kann man ja gar nicht zu 100% sicher sein, ob das jetzt wirklich der Mann fürs Leben ist. Und er kann sich auch nicht zu 100% sicher sein, ob du sofort die Frau fürs Leben bist und ob er sofort mit dir nächstes Jahr schon Kinder haben möchte. Also das ist wirklich ein Problem, wenn du da mit so einem enormen Druck reingehst und den Mann sofort einschüchterst, ihm sofort, ja, ich sag jetzt mal ganz klar deinen Wunsch äußerst, weil es ihn tatsächlich sehr unter Druck setzen kann, weil man nun mal am Anfang eine gewisse Zeitspanne braucht, um sich erstmal wirklich ordentlich kennenzulernen. Und das ist ja auch verständlich. Aber dadurch, dass du halt diesen inneren Druck hast, und diesen Stress hast, wirst du halt immer ungeduldiger und wirst auch immer ungeduldiger mit den Männern. Wenn dann mal zwei, drei Tage keine Antwort vom Mann kommt, nachdem ihr euch vielleicht gedatet habt, dann bist du sofort ungeduldig. Schreibst sofort, bist vielleicht auch sofort enttäuscht, gibst denen sofort vielleicht auch dementsprechend eine WhatsApp-Nachricht, so nach dem Motto, hey, du kannst dich auch mal melden oder lebst du noch oder was eigentlich mit unserem zweiten Date oder so. Also es kann sein, dass diese Ungeduld wirklich so eine Panik, so eine Angst auch in dir verursacht und dass du dadurch dann handelst und dir den Mann, ja, so ein bisschen vergraulst, weil du dadurch dann halt diesen Druck auf ihn ausübst und er mit deiner Ungeduld irgendwann nicht klarkommt und es dann ja tatsächlich, ja, in unterschiedliche Richtungen verläuft, weil er das einfach nicht haben kann, dass du diesen Druck hast. Also auf der einen Seite ist natürlich sehr verständlich, wenn du unbedingt noch ein Kind haben willst, dass du das gerne jetzt in Angriff nehmen willst. Aber auf der anderen Seite läuft es mit Druck und Stress und indem du auf jemanden diesen Druck ausübst, nicht besser, im Gegenteil, sondern eher schlechter. Ich habe die Erfahrung in meinen ganzen Coachings mit den Frauen gemacht, dass wenn sie wirklich so eine innere Gelassenheit entwickeln und wieder mehr sagen so, okay, ich lasse mir selber auch Zeit, jemanden ordentlich kennenzulernen und ich gebe mir und dem Mann Zeit, dass wir uns erst mal kennenlernen können, dass es dann halt auch viel besser läuft. Und diese Zeit muss man sich schenken können und auch dem Gegenüber schenken können. Ja, was natürlich dazu spielt, also was da noch so mit rein spielt, warum dieser Druck auch meistens erst entsteht, ist ja auch wichtig, woher kommt es? Also woher kommt es, dass dieser Druck immer mehr steigt? Vielleicht hast du ja sogar noch drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre Zeit mit dem Kinderkriegen, aber dieser Druck steigt trotzdem. Dann kann es daran liegen, dass du vielleicht auch negative Glaubenssätze hast, dass du gar nicht mehr richtig daran glaubst, dass es noch den richtigen Partner für dich gibt. So was wie, es gibt den richtigen Partner für mich nicht mehr, in meinem Alter gibt es keine guten Männer mehr, in meinem Alter sind ja eh alle vergeben, verheiratet oder haben bereits Kinder, Männer in meinem Alter wollen gar keine Kinder mehr. Also es kann sein, dass du tatsächlich solche Glaubenssätze hast und wenn du solche Glaubenssätze hast, dann sabotierst du dich damit nochmal dreifach. Weil diese Glaubenssätze, wenn du wirklich davon überzeugt bist, es gibt keinen Mann mehr, Männer wollen eh keine Kinder mit mir, es sind eh alle guten vergeben, dann hast du natürlich einen extremen Stress, den du aufbaust, weil dann ist das ja wie die Suche nach deinem Nadel im Heuhaufen, wenn du jemanden findest fürs Leben, weil du glaubst ja gar nicht mehr dran. Dann ist das total paradox, du willst jemanden, suchst nach dem, aber auf der anderen Seite glaubst du eigentlich, dass es überhaupt nicht geht. Und das verursacht einen extremen Druck. Also ist es da wichtig, erstmal in dem Mindset zu arbeiten, dass du wieder auch daran glauben kannst. Also dass du raus aus diesem Mangelgedanken kommst, so nach dem Motto, gibt ja keinen für mich, rein in den Gedanken, hey, es gibt noch Männer für mich und es gibt genügend Männer für mich da draußen und es gibt schon den Mann, der auch noch eine Familie gründen will. Denn es gibt ja so viele Singles. Und warum sollte es dann keinen für dich geben? Natürlich ist es so, wenn du negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, dass du diesen Glauben immer tiefer verankerst in dir. Aber deswegen solltest du erst recht daran arbeiten, dass du diesen Glauben wieder umswitcht, dass du wieder positiver bist. Denn mit einer positiveren Haltung, mit einem positiven Mindset, kannst du dir noch das erschaffen, was du möchtest. Und das habe ich in zahlreichen Coachings erlebt, wie Frauen ihr Mindset durch meine Unterstützung geändert haben und wie sie dadurch wirklich eine tiefere Gelassenheit gefunden haben und damit dann den richtigen Partner finden konnten. Weil mit deiner negativen Haltung wirst du nur noch negativer von Monat zu Monat und dieser Druck und der Stress steigt und das macht dich ja auch immens unglücklich. Und das ist auch ein Problem. Wenn du unglücklich bist, dann strahlst du jetzt nicht die pure Freude aus. Ist ja klar, wenn man unglücklich ist, kann man jetzt keine Freude ausstrahlen und dann wird es dann noch schwieriger mit den Männern. Denn jeder möchte ja irgendwie einen Partner an der Seite haben, mit dem man, sagt man ja, so schön Pferde stehlen kann, mit dem man Spaß haben kann, mit dem man wirklich lachen kann, mit dem man humorvoll wirklich einen Tag verbringen kann. Und das ist halt unmöglich, wenn du mit einer Ausstrahlung von sieben Tagen Regenwetter reinkommst, weil es dir einfach schlecht geht. Natürlich ist es verständlich, dass es dir nicht gut geht vielleicht aktuell. Aber du musst halt wieder daran arbeiten, dass du glücklicher wirst, dass es dir wieder besser geht, dass du wieder den Druck rausnimmst, dass du wieder gelassener wirst und dass du wieder positiver in die Zukunft gehen kannst, damit es überhaupt funktioniert. Und deswegen haben so viele Frauen es so immens schwer, deren biologische Uhr tickt, weil sie sich einfach diesen immensen Druck aufbauen und der wird immer, immer stärker. Zusätzlich sind sie ständig im Vergleich im Außen. Ständig. Es wird nur noch gesehen, was man nicht hat. Die hat ein Kind, die hat ein Kind und da fährt ein Kinderwagen lang. Und dieser Druck wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und man beschäftigt sich dann auch noch fälschlicherweise auch nur mit dem Außen. Die ist jetzt mit dem zusammen und mein Ex-Freund hat jetzt eine neue und die ist jetzt schwanger und keine Ahnung was. Das sind dann Themen, mit denen du dich beschäftigst, die aber total kontraproduktiv sind, weil damit wirst du ja noch negativer und noch negativer. Und wichtig ist, dass es wirklich funktioniert, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten, an deinem Mindset zu arbeiten und wieder gelassener wirst. Denn wenn du gelassener wirst, dann gehst du auch mit einer ganz anderen Haltung in ein Date und strahlst auch was ganz anderes in diesem Date aus. Und der Mann wird nicht überrollt von deinem Wunsch und von deiner Angst und von deiner ganzen Panik, sondern hat das Gefühl, hey, wir können uns erst mal richtig kennenlernen. Und wenn man sich auch richtig kennengelernt hat, dann kann man ja in den nächsten Schritt gehen und gucken, hey, was ist das für eine feste Partnerschaft? Und dann geht es nun mal in den nächsten Schritt, um zu gucken, hey, passt das? Also könnten wir uns vorstellen, zu heiraten, ein Kind zu bekommen oder halt unsere Zukunft miteinander zu verbringen. Also es ist tatsächlich wichtig, dass man an seinen Glaubenssätzen arbeitet, an seinen negativen Glaubenssätzen arbeitet, dass man wieder positiver denkt und raus aus diesem Mangelgedanken kommt, dass es ja keine Männer mehr da draußen gibt. Das ist ja Schwachsinn. Man muss ja nur einmal auf die Straße gucken und da laufen ganz viele rum. Natürlich wirst du nicht mit jedem dieser Männer kompatibel sein, ist mir klar, aber mit anderen Tausenden, ja. Und das ist wahr. Es gibt so viele Millionen Singles da draußen und du musst wieder anfangen, in dieser Füllehaltung zu sein, aufhören zu jammern, dass es niemanden mehr gibt, sondern stattdessen wirklich an deinem Mindset arbeiten, wieder positiver werden. Und das kann man erreichen, indem man beispielsweise einfach Videos guckt. Einfach jetzt zum Beispiel meinen Kanal abonnieren und wirklich immer neue Videos gucken oder meinen Podcast abonnieren, immer wieder neue Folgen hören und dann einfach wirklich diese kostenlosen Inhalte nutzen, um immer wieder ja wirklich sein Mindset kontinuierlich mit Step by Step by Step by Step immer positiver machen und immer wieder in einer positiveren Stimmung zu kommen, immer mehr in Leichtigkeit zu kommen. Denn ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn man etwas zwanghaft will, dann klappt es nicht. Wenn man etwas unter Stress tut, dann wird man eher hebelig und es geht kaputt oder man versemmelt es oder, oder, oder. Wenn man irgendwie zu aufgeregt war bei einer Prüfung oder in der Arbeit, dann hast du schon sehr häufig erleben dürfen, dass es dann schief gelaufen ist. Aber wenn du eine Tiefmenspanntheit mitbringst und eine Gelassenheit mitbringst, dann klappt es. Dann klappt es tausendmal besser, weil du dann nicht verkrampfst, weil du dann keine Angst, keine Panik hast, sondern einfach davon überzeugt bist, dass es funktioniert und dann klappt es auch. Dein Glaube versetzt Berge. Also wichtig ist, dass du wieder an deinem Mindset arbeitest und wirklich kontinuierlich daran weiter arbeitest und wie gesagt, dafür kannst du meinetwegen auch gerne kostenlose Inhalte nutzen, oder? Ich lade dich auch sehr herzlich wirklich in meine Facebook-Gruppe ein, die ist auch kostenlos und anonym. In meiner Facebook-Gruppe Manifestiere Dein Liebesglück mache ich auch einmal die Woche ein Q&A, wo man mir Fragen stellen kann und wo ich wirklich dir helfe, dein Mindset wieder aufzubauen, dass du wieder an die Liebe glauben kannst, dass du wieder an die Männer glauben kannst. Ich erzähle ja auch immer da von positiven Geschichten. Frauen schreiben da, was sie erleben, beziehungsweise wen sie kennengelernt haben, wie sie es geschafft haben, jemanden kennenzulernen und, und, und. Also wirklich eine schöne Gruppe, in der du auch eingeladen bist, wenn du das möchtest. Aber wichtig ist, wenn du jetzt sagst, nee, möchte ich alles nicht, dann bist du natürlich auch selber dafür verantwortlich und musst aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass du das nicht möchtest. Es ist deine Entscheidung. Entweder du gehst jetzt jahrelang weiter den Weg, den du gegangen bist, oder du fängst an, einen anderen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein, versuche wieder positiver zu denken. Denn natürlich hängt damit noch ganz viel anderes zusammen. Warum bist du denn schon so lange Single? Warum hat es denn die letzten Jahre nicht geklappt? Da können sehr viele Sachen dran hängen. Warum klappt es bei dir ständig nicht mit Männern? Abgesehen davon, dass es natürlich zusätzlich zu diesem starken Kinderwunsch dann nochmal ein bisschen schwieriger wird, weil der Druck steigt. Aber kann es sein, dass du vielleicht schon immer Probleme mit Männern hattest? Liegender Muster wiederholt sich die Geschichte immer wieder bei dir. Hattest du schon mal jemals eine Beziehung auf Augenhöhe, wo man wirklich in Harmonie gelebt hat miteinander, wo man wirklich zufrieden war, wo man in Sicherheit, wo man sich geborgen gefühlt hat, wo man wirklich jemanden auf Augenhöhe neben sich hatte, der die gleichen Vorstellungen und Ziele hatte vom Leben? Hattest du das schon mal oder hattest du das noch nie? Denn da muss man natürlich dann auch ansetzen und schauen, okay, warum ist das so? Warum hat es bisher noch nicht geklappt in der Liebe? Denn dann kann man natürlich auch erstmal noch weiter auch daran arbeiten, erstmal dein Mindset wieder positiv schaffen, daran anknüpfen, gucken, warum hat es denn bisher nicht geklappt? Denn Liebe ist ja auch kein Zufall. Es gibt einfach wichtige Schritte, die du in der Liebe gehen und beachten musst, damit es langfristig klappen kann. Und manchmal liegen die Antworten einfach ganz woanders, wo du es dir vielleicht vorstellst, nicht im Außen, nicht in der neuen Dating-Plattform, die wieder ausprobiert werden muss oder weiß, weiß ich was. Dass du irgendwie dann, ja, tausend verschiedene Tipps mal ausprobierst, ne, schreibe diesen Satz, versuch das mal hier zu schreiben und der Mann wird auf einmal total anders auf dich reagieren und keine Ahnung, was alles, ne. Sondern vielleicht liegt das Problem auch ganz woanders. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht hast du einfach auch Angst, Ängste in dir, die dich blockieren, überhaupt eine Beziehung einzugehen. Eine Angst, verletzt zu werden, Angst, verlassen zu werden, Angst, dich zu binden, Angst vor Ablehnung. Vielleicht hast du auch schon so viele negative Erfahrungen in der Liebe gemacht, dass du Männern gar nicht mehr vertrauen kannst. Vielleicht sogar einfach Männern misstraust. Und wer weiß, wann das schon begonnen hat. Vielleicht ja auch schon in der Kindheit, weil du deinem Vater schon nicht vertrauen konntest, weil der nie da war oder weg war oder ja gar nicht erst, vielleicht hast du ihn auch gar nicht erst kennengelernt. Also das alles kann auch schon sehr viel früher angefangen haben. Und wichtig ist, man kann das alles aufruhen. Man kann lernen, was Liebe ist. Man kann verstehen, wie man die Liebe finden kann. Welche Schritte man gehen kann, damit es wirklich langfristig klappen kann. Und das möchte ich dir geben. Diesen Mut, diesen Mut, dass es funktionieren kann und die Motivation, dass du daran arbeiten kannst. Step by Step by Step by Step. Und ja, man muss ein bisschen mehr Zeit mitbringen, aber wenn du kontinuierlich daran arbeitest, dann schaffst du das in sechs Monaten bis in einem Jahr, dass du den richtigen Partner an deiner Seite hast. Es ist natürlich mit Arbeit verbunden, denn so negative Glaubenssätze gehen nicht von jetzt auf gleich einfach weg. Und auch vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit können auch nicht einfach so weggehen. Die brauchen natürlich ein bisschen Zeit. Aber wenn du die mitbringst, dann schaffst du es. Wenn du gar nicht daran arbeitest, dann bist du vielleicht die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre noch Single. Also lieber wirklich daran arbeiten, kontinuierlich und wirklich eine Veränderung schaffen, aber sich auch diese Zeit geben der Veränderung, anstatt gar nichts zu machen, da zu sitzen, einfach nur zu jammern, dass sich nichts ändert. Also du hast die Wahl und ich weiß, dass dieser Weg nicht immer einfach ist und man sich vielleicht auch nicht immer so vertraut, ja neue Schritte zu gehen, aber es lohnt sich definitiv. Ich sehe das bei so vielen Frauen, wie gesagt, in meiner Gruppe, in meinen Coachings. Du hast es in der Hand und du kannst es schaffen. Denn wenn es keine Männer da draußen gäbe, warum gibt es dann so viele glückliche Familien da draußen? Warum habe ich einen Partner? Warum haben so viele Frauen in meinem Coaching den richtigen Partner? Warum, wenn es keine Männer gäbe? Also weg von diesem negativen Glauben hin zu einem positiven Mindset und wirklich fang an zu sagen, okay, hey, tschakka, ich fange jetzt mal an, an mir zu arbeiten, gehe jetzt einfach mal andere Schritte und ja, investiere jetzt auch mal ein bisschen Zeit in die Liebe. Weil, wenn du bisher noch nie wirklich ordentlich Zeit in die Liebe investiert hast oder an diesen ganzen Fragen, warum hat es bei mir nicht geklappt, steckt da hinterher ein Muster, ziehe ich immer dieselben Männer an, habe ich vielleicht irgendwelche Ängste? Wenn du dich noch nie damit auseinandergesetzt hast, musst du dich ja auch nicht wundern, dass es vielleicht immer zum selben Resultat gekommen ist bisher. Also, anstatt jetzt zu sagen, Hilfe, meine biologische Uhr tickt, es ist vorbei, ich werde nie wieder Kinder bekommen, geh zu, hin, eher zu dem Glauben, hey, es ist knapp, aber ich fange jetzt an daran zu arbeiten, ich gebe mir jetzt die Zeit daran zu arbeiten, kontinuierlich, konsequent und ich kriege das hin, ich schaffe das. Denn wie gesagt, der Glaube versetzt Berge und fange an, positiv zu denken, dann wird es auch eher funktionieren. Denk dran, denk an andere Lebensbereiche, wo du genau so gehandelt hast und wo aber auch Stress und Angst dich ins genaue Gegenteil gebracht haben, wie deine Haltung da war, wie verkrampft du wurdest und wie es dann schief gelaufen ist und wie Dinge funktionieren, wenn du da mit Leichtigkeit rangehst. Denk mal da dran und übertrag das mal auf den Bereich Liebe und du wirst sehen, das stimmt und du kannst dran arbeiten. Werd wieder die glückliche Frau, die sich selber Zeit gibt und du wirst sehen, es passieren wirklich, ich sage jetzt einfach mal für manche Frauen das ist immer wie so ein Wunder, wenn sie deinen richtigen Partner gefunden haben, sagen die mir, es ist so surreal, wie konnte das denn auf einmal passieren und dann sage ich auch immer, ja, du hast es dir selbst verdient, du hast es dir erarbeitet, es ist nicht einfach so gekommen, du hast an dir gearbeitet, deine Glaubenssätze aufgelöst, den Druck rausgenommen, bist wieder zu glücklichen, selbstbewussten Frau geworden, hast deine Muster aufgelöst der Vergangenheit, du hast es dir verdient, ja, es ist vielleicht so real, wenn man dann den richtigen Partner findet, aber es ist echt und du hast es dir dann verdient und du kannst es dir auch verdienen, denn wir alle sind doch in einem Boot, wir sind alles Menschen und die Frauen, die zu mir kommen, haben auch am Anfang irgendwie den Glauben so an die Liebe verloren und haben auch irgendwie so, ja, aber ich bin irgendwie vielleicht so diejenige, bei der es nicht funktioniert und vielleicht ist Liebe ja nicht für mich vorbestimmt, das glauben so viele Frauen und sie schaffen es trotzdem und du schaffst es auch. Ich danke dir, dass du bei diesem Video dabei warst, ja, gerne kannst du, wie gesagt, einfach den Kanal abonnieren, das nächste Mal wieder dabei sein, meiner Facebook-Gruppe beitreten und wenn du sagst, du möchtest aber gerne mit mir in Kontakt treten, mir deine Geschichte erzählen, dann sehr gerne, ich bin sehr offen, deine Geschichte zu lesen, dir Feedback zu geben, also gerne einfach auf Facebook schreiben, da findest du mich unter Simone Janiger oder auch auf Instagram, Simone-Janiger heißt ich da, kannst mir sehr, sehr gerne deine Geschichte schreiben, ich lese mir sehr, sehr gerne durch und mache dir wieder Mut und kann dir den passenden Ratschlag geben für dich und deine Situation. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich hoffe, ich konnte dir wirklich Mut machen und dir zeigen, hey, du kannst daran arbeiten und denke über meine Worte heute noch nach und lass das mal wirklich durch den Kopf gehen und ja, nimm dein Glück selbst in die Hand.